Jo, Frau Zirikos, wir sind hier on Tour beim Kevin und der hat hier gerade seine Heuschrecken und dort ist sein Badergarm drin dahinten Flakta und der wird jetzt gleich gefüttert So, er nimmt das hier erstmal ein mit der Pinzette raus Was muss man da beachten? Nix Dass man sich nicht zerquetscht, gar nix oder was? Nein Okay, haut rein Mach die andere Scheibe auf Obwohl, warte mal Ja doch, sieht man ganz gut eigentlich Und Uh Lock ihn mal hoch oder so Das ist ja voll geil Oder ist er gerade so faul fahrenhaft? Das riecht aber gut Na, was ist der Grün jetzt? Der frisst ja in Zeitlupe Voll die süße Zunge hat er Ui Wie viel kriegt er immer? Drei Und vier Was? So viele? Okay, drei bis vier kriegt er immer beim Phrasen Da ist die nächste Ich würde den gerne mal so von drin filmen Soll ich jetzt die Kamera fressen oder die kleine Heuschrecke? Soll ich jetzt die Kamera fressen oder die kleine Heuschrecke? Ach so, da hat er sie Ach so, da hat er sie Halt mal in den Arsch, also Kannst mir das lösen, halt Was kosten solche Teile? Keine Ahnung, das hat meine Mutter War die schon voll exotisch aus Mietzi, 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 Mietzi Ich geh mal raus So, jetzt frisst er wieder So schmackhaft zubereitet Und jetzt schläft er So schmackhaft zubereitet Jetzt machen wir eine Mutter Teppel Jetzt machen wir eine Mutter Teppel Film nochmal das Teil so ein bisschen Scharf stellen, so Interessant so Was würde passieren, wenn du den einfach reinlegst, die Heuschrecke? Wenn der zu faul ist Du würdest es nicht essen? Das müssen wir nachher machen Wir würden das davon machen Erst füttern Dann geht der ab wie nochmal was Okay Was ist das? Ach so Ordnung muss sein, das Moos da auch bitte Du, das ist fake Das ist fake Was macht der, wenn der nass wird? Ja Ordnung muss sein Kannst du mal auf Kameraden Mach das Aua Das sieht man leider nichts, aber Ich bin mir vor, das Kind ist kaputt Nach der Badegarn-Fütterung Also Servus Servus